Ja, ich hab' da ruhig gern. Ach, Joy, komm doch einfach mit. Ach, dann halt nicht. Oh, oh, okay. Ihr Werk soll bald beginnen, das ist doch schön. Vielleicht, damit du es nicht trinkst oder so. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich hab' genug Zeit zu üben. Ein Traumtagebuch. Interessant. Die haben nichts mehr zu sagen. Aber wie zum Henker soll ich da vorbei gehen? Ich kann mich ja nicht einfach so durch-tilportieren. Ja, aber wenn ich noch weiter hingehe, dann bin ich erledigt, also. Mensch, Joy, komm her. Boah, vielleicht soll ich mich mal besser auf den Schaum. Hier muss ich ja immer die Schaum. Gibt's hier irgendwo was, was ein... ...irgendeinen dämlichen... ...Pfleger oder so herholt? Ist das wirklich... Ja! Ach! Weg durch! Ich wusste es doch! Ihr kleinen Arschlöcher! Mein Gott! Warum kann ich den Drecksack nicht einfach steuern oder so? Das wäre doch viel einfacher. Neee... Das darf nicht sein. Okay, überall tätig Bären hier, also... Da muss ich wirklich sagen... ...nette Ort hier. Und zwar nicht. Ja, ja... Das ist jetzt ein Buck oder so. Dann schau, hier bin ich doch schon. Das ist keine Sau. Oder wenn sie, dass ich Licht ausmache. Das kann natürlich auch sein. Ja, leider kann ich dann nicht, meine Jutta. Oh! Ah! Die Kamera! Iris erhält in 15 Minuten eine Schock-Therapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schock-Therapie? Oh Scheiße! Oh Scheiße trifft es! Los, gehen wir! Meine Kamera macht Schock! Ach... Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay Joy, jetzt kann ich verstehen, warum du nicht mitkommen wolltest, aber... Ach, die... Ach, ein Pflegerchen! Spinnt die Glatze schon wieder? Ob die Glatze schon wieder spinnt? Natürlich, guck dir doch mal an! Da ist überhaupt kein Bild mehr. Stell dir doch mal vor. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen, allein auf dich gestellt. Na gut. Weißt du, als diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Was? Vielen Dank. Tja, wuss ich's doch. Auf Joy kann ich mich verlassen. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein. Wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Das sieht schlecht aus. Okay, Station für Irrer. Das wird ja wieder mal lustig. Atomisch. Bestück, na super. Wow. Und hier ist schon wieder ne Zwangsjacke. Fehlen noch vier. Äh, ich hab mal wieder mal die Schütze, äh, den Schütz? Oh, da aller Zeiten gefunden. Nein! Mein Schütz! Oh! Dammit! Noch ein Grund, warum ich solche Quicktime-Events hasse. Ich denke mal, jetzt muss man ja klar sein, wo hier die ganzen Flüter und Viecher kommen. weinn! יבoof! Hey! In diesem Spiel liebe ich es, eine Katze zu sein, also. Ehrlich, der würde so ein Kätzchen nicht mehr bringen. Okay, da geht es schon mal nicht weiter. Wollte schon sagen, sind sie hier jetzt fest, oder was? Na gut. Und durch den Kanal. Der Kanal, da ist schon durch den Lüftungsschacht. Ach, da geht es weiter. Toll. Ach, da geht es weiter. Oh, oh. Oh. Und jetzt spürt der Dämonerarsch. Jetzt wieder frei. Wollt ich halt. Soll ich gut verprellen, oder was? Okay. Oh. Okay. Ich glaube, ich bin der Dämonerar марst. Oh. 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 Oh, Mann. Okay, der Gart geht nicht biaun. Wir gucken doch noch alle so dicht beisammeln. Oh, Gott, oh Gott. Ich frage mich, ob es besser wäre, wenn ich jetzt die Katze verlasse, aber irgendwie habe ich auch Angst. Das ist, wenn die Viecher mich auch über sich wahrnehmen können, also. Das ist ja die Viecher. Sieht doch nicht so aus, als wenn ich hier schon raus kann, also. Nein, kann ich nicht. Damit haben wir es schon mal gekriegt. Woher komme ich hier jetzt raus? Ja, von da werde ich jetzt raus. Oh, die arme Katze. Ha! Da geht es etwas leichter. Oh! Oh, die arme Katze nicht unbedingt hier lassen. ok. Koffeln. Ich werde es nicht in die Ante. Aber ich werde es nicht in diehand. Ich bin irgendwie aus吸 unten. Ich bin in die Hand zu mir. Ich bin in die Hand zu mir. Oh, ja. Ich baue die Hand zu mir. Ich muss hier hin los werden. Ah, ja. Ich bin in die Hand zu mir ab. Ja, jetzt riecht er sich der Trichton in den Arsch. Der eine, der sich noch... Was ist ja allein los da? Und da bin ich noch. 11.2. Oh, Mann. So. Das war knapp. Mal Achtung, bisher geht's noch. Jetzt! Ihr seid weiche Eier. Okay, das sieht hier doch mal interessant aus. Instrumente. Okay, wichtig ist, was für Instrumente das sind. Ach, die haben wahrscheinlich Vorlesungen und Operationen abgehalten, wo alle in das Zug gucken können. Oh, Mann. Oh, Mann. Entschuldigung, Dereportation ist ja das Stichwort. Okay, wenn ich jetzt... Ah! Hey, Joy! Endlich haben wir uns wieder. Oh, nur noch einer. Vielleicht schaffe ich jetzt... Nein. Ich hatte zu viel Spaß, eine Katze zu sein. Oh, die Kamera stört dich. Ich wusste es. Das ist sie doch. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Sie hat bereits ein Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Ihr bekommt sie nicht. 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 Iris, kommt nicht. Ihr bekommt sie nicht. Keine Angst, ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind meine Schwestern nicht. Ihr bekommt sie nicht. Ich werde ihr nicht wehtun. Bleibt zurück. Beide! Scheiße, das kann nicht sein. Was zur... Ich glaube, ich kenne das Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Was habt ihr? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch. Sie weiß es noch. Okay, ich kann es noch. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Oh, Mann.